So, wir wollten Industriechemikalien bauen und dazu brauchen wir natürlich auch mehr Wasser. Jetzt muss man mal gucken, wir hätten einen Grundwasserextraktor, den haben wir hier hinten hingebaut. Da bauen wir auch nochmal einen hin. Wasserrohr ist dran, da hatten wir nämlich gerade ein kleines Versorgungsproblem. So, Industrie, Labor für Industriechemikalien. So, was brauchst du? Du brauchst Wasser und normale Chemikalien, hier auf 20. Du produzierst davon dann erstmal genug. Okay, das heißt, wir bauen dir einmal die Fabrik dazu auf. Und der braucht dann auch noch destilliertes Wasser, das kriegen wir auch hin. Das ist einmal hier. Und der braucht dazu einen normalen Wasseranschluss, das kriegen wir auch hin. Das ist Rohöl, Wasser. Wo haben wir denn hier ein Wassernetz? Ah, ist relativ weit weg, ne? Okay. Einmal da hin, bitte. So. Sechsspurige Straße freigeschaltet, sehr schön. Dann haben wir das fertig. Dann haben wir das fertig. Dann haben wir Methan brauchen die noch. Da gehen wir ans Methan-Netz ran, wenn ich das jetzt noch wiederfinden sollte. Das war hinten irgendwo, ne? Genau. Genau. So. Okay, dann haben wir jetzt hoffentlich alles. Und jetzt gehen wir mal in die Produktion rein und schauen mal, ob wir hier irgendwo Probleme haben. Wasser ist immer noch ein bisschen wenig. Das gucken wir uns gleich an. Aber ansonsten sieht das erstmal gut aus. Wichtig ist mir einfache Nahrung. Und der Kram, das sieht auch gut aus. Das ist so die Basis. Okay. Gut. Hallo Denim. 68. Hi. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Keine Ahnung. Guten Morgen. Hi. Gut. Haben wir das auch? Jetzt sollte also das anlaufen. Jetzt sollte er anlaufen. Und er sollte anlaufen. Weil die jetzt hoffentlich alles haben. Ja. Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch eine Grundwasserpumpe. Und die müssen wir einmal ans Wassernetz anschließen. Und dann haben wir es. Ja. Dann läuft es. Würde ich sagen. Dann haben wir das Thema auch fertig. Und dann sollten wir jetzt hoffentlich in der Lage sein, demnächst die Stufe 5 zu sehen. Wenn die Heimroboter, wenn die ersten Heimroboter hier rauskommen. Wie finde ich das Spiel? Das ist denke ich mal ein ganz guter Punkt. Denn ich kann leider aufgrund meines... Also ich habe leider Zeitprobleme und kann es nicht nochmal zeigen. Vielleicht in ein paar Wochen nochmal. Müssen wir mal schauen. Aber wie finde ich das Spiel? Ich finde es mega. Ich finde es richtig, richtig klasse. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß. Ja. Also du hast diese City Skylines Vibes drinne. Weil du halt... Oder sogar vom Teil 2. Weil du nicht einfach nur irgendwelche Leute hinklatscht. Und die versorgen sich dann schon irgendwie. Nein, du musst sie aktiv mit Waren versorgen. Du musst Produktionsketten aufbauen. Wo wir wieder bei Faktorio wären. Einige hatten in die Kommentare geschrieben. Eher so Anno 2205. Kenne ich persönlich überhaupt nicht. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Macht wirklich unheimlich viel Spaß. Du hast eventuell Verkehrsprobleme. Da musst du drauf achten. Du hast so Versorgungssysteme. Damit haben wir zum Beispiel noch gar nicht gearbeitet. Stadtviertel errichten. Wir haben hier vorne ein kleines gebaut. Damit kannst du diese Strukturen besser trennen. Das du sagst dir. Das ist Produktionskette 1. Produktionskette 2. Es gibt hier unten noch... Genau. Das Spiel braucht nicht mega viel CPU und GPU. Du hast bei den Transportsystemen hier 10 Züge. Das tut mir leid. Zu den Zügen werden wir wohl leider nicht mehr kommen. Ist also mega toll. Wirklich. Muss ich wirklich sagen. Das ist einer der ganz, ganz wenigen Spiele. Die vor allen Dingen zusammen mit... Zusammen mit einem anderen... Im Namen fällt mir gerade nicht ein. Hier wirklich auch mal was Neues bringt. Und wirklich... Ähm... Ja. Also wirklich mal was Neues hat. Zum Beispiel... Du musst ja auch drauf achten. Wenn wir mal hier jetzt an so eine Kreuzung gehen. Ja. Da seht ihr so... Ähm... Ähm... Traffic Manager Presidents Edition von City Skylines. Ja. Das heißt da könnt ihr alles einstellen. Da könnt ihr einstellen. Wo die Autos langfahren sollen. Wie das hier alles strukturiert werden soll. Und so kannst du natürlich deinen Verkehr auch in den Griff kriegen. Indem du Stadtviertel errichtest. Wo du lokale Produktionen definierst. Und du sagst, ähm... Hey pass auf. Hier dürfen die Autos nur da langfahren und da langfahren. Und wenn die Stadt irgendwann größer wird. Dann wird das mit Sicherheit notwendig werden. Wir haben jetzt... Ich habe jetzt versucht hier natürlich alles sehr lokal zu produzieren. Und überall so Produktionsketten hinzusetzen. Man kann natürlich auch im Stil von Factorio so ein Bussystem bauen. Und einfach sagen, hey, ich mache hier 50, keine Ahnung, Chemikalienproduktionen. Und von da aus verteidige ich die einfach. Das geht natürlich auch. Dann hast du ein ganz anderes Problem mit Verkehr. Ähm... Und all sowas. Also, ich finde es wirklich toll. So. Jetzt haben wir aber ein Problem, dass hier unten unsere... Unsere Dingsis ein bisschen kleiner werden. Und... Wir haben noch kein Habitat der Stufe 5, ne? Weil die Heimroboterproduktion läuft... Läuft jetzt an. Ha! Sehr schön. Da kommen bald die ersten Heimroboter. Dann gucken wir mal in die Produktionsübersicht, ob wir hier irgendwelche Probleme haben. Ähm... Ne. Also, im Moment sieht es gut aus. Da würde ich sagen, machen wir jetzt tatsächlich nochmal eine Sache. Nämlich die gelbe Wissenschaft. Da will ich nochmal sehen, was wir dafür brauchen. Und das gucken wir uns... Das gucken wir uns jetzt zum Schluss nochmal an. Und dann haben wir Methankraftwerke haben wir irgendwo noch. Wir haben die Züge. Vielleicht mache ich zu den Zügen nochmal einen Zaun können wir hier jetzt bauen. Ähm... Das heißt, man kann halt auch wirklich, dass das Ganze nicht so eng bauen wie ich, sondern viel, viel weiter. Und dann mit Zügen und einzelne Bereiche setzen, wo man dann Züge zwischenbaut. Und finde ich mega klasse. Ja, wenn ihr... Wenn ihr sowas habt, dann würde ich mich echt freuen, wenn ihr ein paar Bilder teilt. Dann kommt gerne auf den Discord. Ausrufezeichen Discord. Und dann postet gerne mal ein paar Bilder dort. Mich echt mal interessieren. Weil das Spiel... Der Strategie nicht mag dieses Spiel. Wann verlegst du die ersten Schienen? Ähm... Hi Sniffer. Also das wird heute wahrscheinlich nichts mehr werden. Ich kann versuchen, dass ich nochmal einen Nachfolgestream plane. Das wird aber definitiv nicht in den nächsten Wochen sein. Ich denke, ihr wisst warum. In den nächsten beiden Wochen oder in den nächsten drei Wochen kommen zwei coole Spiele raus. Die ich auf jeden Fall zeigen werde. Nämlich, ähm... Das neue Star Trek Spiel von Paradox. Und City Skylines 2. Und damit bin ich dann tatsächlich erstmal ausgebucht. Mit meiner Zeit. Und, ähm... Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, irgendwann nochmal einen Nachfolgestream zu machen. Definitiv nicht im Oktober. Frühestens im November. Aber wir können gucken, dass wir das machen. Denn ich habe ja auch noch zu meiner Schande... Ähm... Muss ich ja auch gestehen. Ich habe ja auch den Desynct-Stream noch offen. Ja? Einen zweiten Teil davon. Der ist auch noch... Der steht auch noch auf meinem Plan. Höh... Das tut mir ganz schrecklich leid. Aber ich... Also heute nicht mehr. Und ich werde versuchen, das nochmal zu machen. Aber wie gesagt... Die Synct steht ja auch noch auf meinem Plan. Aber das sehen wir dann. Ja! Und das wollte ich heute noch sehen. Die Nummer 5. So, da brauchen wir jetzt VR Entertainment. Ach, du grüne Neune. Und eine Schule. Tja, wenn jetzt alle aufsteigen... Fürchte ich, dass wir Produktionsprobleme... Nein! Nicht schon wieder bei den Haushaltsgeräten! Denn... Warum zum Henker immer bei den Haushaltsgeräten? Müssen wir jetzt echt schon wieder... Haushaltsgeräteindustrie nachbauen. Und ich wette, damit geht jetzt schon wieder irgendwas anderes aus. Ja, natürlich. Die Mikrochips. Beziehungsweise... Die Platinenproduktion. Und da haben wir jetzt... Haben wir jetzt aber alles. Plastik. Ja, passt. Das werden wir gleich mal entsprechend erweitern. Nicht, dass wir da irgendwelche... Irgendwelche Problemchen bekommen. Okay. Ansonsten... Weiß ich nicht. So ein... Ähm... Das ist... Heidewitzka ist das groß. Alter Falter. Oho, ist das cool. Ich finde das... Ich finde das ja richtig cool, ne? Also das Spiel mag... Ich mag das Spiel. Wirklich. Okay. Aber... Zurück zum Thema. Wir wollten uns um die gelbe Wissenschaft kümmern. Wir können gleich mal gucken, dass wir diese Pixelgebäude und die Statuen noch machen. Moment. Brauchen wir noch irgendwas anderes? Solarzellen brauchen wir noch. Die großen Bagger. Das wäre gut. Und dann haben wir die Methangärung. Das können wir auch nochmal erforschen. Und danach nehmen wir die beiden. So. Und dann sind wir damit durch. Machen wir mal auf volle Geschwindigkeit. Denn wir wollen auf jeden Fall noch die gelbe Forschung uns angucken. Und das machen wir jetzt. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie da? Und dazu brauchen wir... Eieieiei. Abfall, blaue Forschung, Methan und Motoren. Motoren? Du heilige Mutter Gottes. Die Motoren, das ist ja... Dazu brauchen wir Rohöl, Kupfer und Stahl. Ach, du grüne Neune, ey. Boah. Also ich kann euch sagen, da kommt eine ganze Menge noch auf uns zu. Und wie viel brauchen wir da? Von 100? 100? Das ist aber auch noch nicht das Letzte. Super Leiter kommen da hinten auch noch. Ja. Jetzt wisst ihr, warum wir auf jeden Fall... Warum wir auf jeden Fall uns, wenn es einen nächsten Stream gibt, definitiv mit Stadtviertel und sowas beschäftigen müssen. Denn wenn wir die Produktion jetzt nicht vernünftig trennen und strukturieren, dann haben wir da keine Chance. Dann geht uns das hier alles... Dann geht uns das hier baden. Und das ist halt das Coole an diesem Spiel. Muss ich ja sagen. So, jetzt haben wir da zu wenig Stahl. Ich bin ernsthaft und überlegen, ob wir jetzt nochmal hier oben zusätzlich zur Eisenmine... ...ein Stahlwerk bauen. Da brauchen wir Kohlenstoff und Wasser für. Wasser können wir ans Netz anschließen. Kohlenstoff wird ein Problem. Kohlenstoffproduktion ist jetzt das Problem. Das haben wir hier sehr lokal, ne? Das könnten wir aber alles hier hinten hinbringen. Denn wir müssen halt unsere Stahlproduktion auch ausbauen. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir vielleicht eine gelbe Wissenschaft wenigstens mal aufbauen. Wir bauen das erstmal hier hin. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir dafür noch alles haben. Ja. Die Motoren werden jetzt zu wenig. Das heißt, da müssten wir jetzt eine Motorenproduktion aufziehen. Und da würde ich jetzt erstmal planerisch sagen, wir werden das hier hinsetzen. Eine Motorenproduktion. So, Methan brauchen die auch. Das heißt, das müssen wir ans Methan-Netz anschließen. Das kriegen wir hin. Das sind ja nur... ...nur die Rohre. So. Wie viel Methanproduktion haben wir überhaupt? Nur 18? Eieieiei. Na gut. Auf jeden Fall Methan haben sie. Dann werden wir hier die Motoren bauen. Und da müssten wir jetzt tatsächlich dann den Stahl hinbringen. Das könnten wir von hier schaffen. Und jetzt haben wir Energieprobleme. Auch das kriegen wir hin. Bauen wir einfach noch ein paar Windräder auf. So. Wir brauchen hier unten so einen So-Strom. Und werden jetzt bitte einmal die normale Straße... ...dach hinbringen. Das heißt, da vorne kriegen wir den Stahl her für die Elektromotoren. Das kommt von dort. So. Stahl kriegen wir. Rohöl schließen wir auch ans Rohölnetz an. Das ist also auch kein Problem. Das hoffe ich, jetzt haben wir genug Rohöl im System. Ja. Und jetzt brauchen wir natürlich noch mehr Kupferbarren. Da produzieren wir jetzt zu wenige von. Das heißt, da bauen wir auch nochmal fix einen aus. Jetzt haben wir hier Plastikprobleme. Aber warum? Wir haben jetzt hier echt schon Versorgungsprobleme, ne? Seht ihr das? Jetzt blinkt es hier ab und an schon. Und das, obwohl wir gar keine Produktionsprobleme haben. Wir haben nur Versorgungsprobleme. Wir sind aber immer noch bei 99% Traffic. Und ein bisschen zu wenig Strom. Dann bauen wir nochmal ein bisschen was aus. So. Dann haben wir davon erstmal genug. Kupferproduktion. Der braucht 2 in 20 Sekunden. Der produziert 2 in 10. Das heißt, wir können auf jeden Fall eine weitere Kupfermine eine weitere Kupferproduktion damit betreiben. Jetzt muss ich mal gucken. War das Low-Tech? Ja. Der produziert 1 in 5 Sekunden und der braucht 2 in 20. Das heißt, der eine dort sollte auch noch ausreichen. Okay. Dann haben wir die Kupferproduktion erhöht. Und das wäre jetzt übrigens so ein Thema. Wir müssen jetzt auch noch weiter bei den Computern machen. Das ersparen wir uns jetzt tatsächlich mal. Und jetzt müssten wir auch Kupfererz. Na, wir brauchen echt doch mehr Kupfererz. Dann bauen wir da nochmal eine zweite Kupfermine hin. So. Dann sollte das nämlich auch ausreichen. Okay. Solarzellen. Das ist gut. Das gibt uns hoffentlich mehr Energie. So. Und damit hätten wir jetzt zumindest diese Produktion. Und wir hätten jetzt eine gelbe Produktion am Laufen. Und die braucht ein paar organische Abfälle. Die wiederum kriegen wir natürlich aus den Häusern hier. Und jetzt seht ihr schon, jetzt sind wir hier jetzt sind wir hier das jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir die Computerproduktion ist es bei plus minus null. Das heißt, da haben wir ein Problem. Wir haben ein paar Haushaltsgeräte. Hier sinken die. Leute schon wieder, weil sie keine Computer bekommen. Also ihr seht, wir haben Habitat herabgestuft. Wir kriegen jetzt tatsächlich mit der Zeit immer mehr Probleme. Das sind halt auch zum Teil Versorgungsprobleme. Wir sollten also zusehen, dass wir vielleicht jetzt so allmählich in die Lageristik kommen und all sowas. Aber ich würde jetzt an dem Punkt einmal abspeichern und tatsächlich sagen, wenn wir nochmal weitermachen, dann sage ich euch das separat. Jäublech. Vielen Dank.